Hsv in der Haus und bei mir natürlich kein geringer, ihr seht den Weltklasse-Mann, A-O-G-O, Dennis. Schön, dass ihr hier seid und ich freue mich ganz besonders den Hsv in dieser Woche begrüßen zu dürfen. Wie gefällt es dir, Aogo? Alles gut? Ja, alles super. Also wir sind gut aufgenommen worden. Ich glaube, wir fühlen uns alle wohl hier bei euch im Hotel und wir freuen uns, dass wir wiederkommen dürfen. Ja, ich bin einer, der noch keinen Winterurlaub gemacht hat, deshalb will ich das auch mal ausprobieren und ich denke, dass du da gute Möglichkeiten hast. Unser Abend zusammen geht in die Weltgeschichte ein, sensationell. Das war einer der lustigsten Abends und ich glaube auch fürs Herz, der war gut. Sehr gut. Wir haben einen überragenden Mannschaftsabend gehabt mit einem perfekten Entertainer. Daniel, ich glaube, dass du deine Rolle richtig gut ausgefüllt und es hat jeden richtig Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass es bei vielen in der Erinnerung bleiben wird, auch noch in den nächsten Jahren. Cool, dass du hier bist. Danke denen und viel Erfolg in der Bundesliga. Und in der Nationalmannschaft natürlich. A-O-G-O. Bei mir, Stopp TV. Jetzt ist er bei mir, der Cheftrainer Michael Oenning beim HSV und auch beim Stock. Er ist zuständig für die ganze Bubenmannschaft. Bubenmannschaft, weil natürlich viele Junge dabei sind, aber er hat sie gut im Griff und das glaube ich aus einem Grund, weil er selber ein weltklassensympathischer Kerl herr ist, der das viel mit Herz und mit Verstand macht. Und ich freue mich, dass du bei uns bist. Wie hat es euch so gefallen? Überragend. Wir haben perfekte Bedingungen hier. Nicht nur, dass die Trainingsplätze super sind, sondern auch gerade hier bei euch fühlen wir uns pudelwohl. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir eine erfolgreiche Saison starten können. Und ich hoffe auch, dass wir erfolgreich sein werden. Ja, das hoffen wir auch. Wir werden alles verfolgen und freuen uns, wenn der HSV mit Michael Oenning nächstes Jahr wiederkommt. Und ich bedanke mich und freue mich auf eine gute Zeit noch. Viel Erfolg. Danke dir. Wir lassen uns natürlich auch nicht lumpen hier beim Stock, denn wir haben so schöne Fanartikel auch bekommen als Andenken an den HSV. Gibt es natürlich auch stellvertretend für die Mannschaft, für unseren Michael ein schönes Präsent und zwar die Stockkollektion im Kleinformat. Das ist die Sportler-Ausgabe. Du weißt nicht zu viel, aber trotzdem was Feines. Einmal als Tragetasche für dich und zu Hause für deine Frau, die dich vielleicht jetzt schon vermisst hat, natürlich, aber nicht nur vielleicht, sondern ich aus. Ein schönes Öl zum Einölen, wo deine Frau auch auf die Kosten kommt und von dir mal eine schöne Stockkommassage bekommt. Okay? Danke dir. How is it? How is it? Yeah, it's very great. It's a nice area here. And I like it. You like it? He's one of famous, fantastic guys. Look, he brings color in the life. He brings energy, Elia. What did you like best at Hotel Stock? The hotel. The service is very good. And yeah, the people who work here are very friendly. And they help us very good. And yeah, the wellness is very special. Everything is great. Fine. Can I tell him one secret? Of you? I think the only secret I know of you is that you need one liter apple juice when you sleep at night. Yeah, I need, I need, I cannot sleep without drink. Yeah. And because of that I ask, it is only possible for us to drink apple juice or something else, or water. And I need apple juice, so I asked him to bring apple juice for me. And yeah, they bring it to us, for me. And respect, what you don't drink, never? Alkohol. Alkohol. No alcohol for Elia, no alcohol for sports. Peace. Peace. What did I say? Truth is this. Nice to meet you. Was ist dein ganzes Name? Mein ganzes Name? Ja. Auf meiner Sprache, das ist Gökhan Döre. Gökhan Döre. Mohamed Besic. Mohamed Besic. Neu Daniel. Und die Jungs haben richtig was am Kasten und richtig drauf bei HSV. Ihr beim Stock natürlich traumhafte Bedingungen. Hat es euch gefallen, Jungs? War es geil? Ja, war es geil. Alles. Hotel ist top. Alles gut. Alles super. Ihr kommt nächstes Jahr wieder. Was sollen wir für nächstes Jahr organisieren, was heuer nicht da war? Was heuer nicht da war? Mehr Frauen. Mehr Frauen? Mehr Masseurinnen? Mehr Masseurinnen? Ja, das wird reichen. Das heißt, statt den ganzen Physiotherapeuten wäre es schön, wenn ein paar schöne Mädchen das machen würden. Döre, wie sieht es bei dir aus? Ich bin auch zufrieden, mein Freund. Alles, alles, alles. Ein zufriedener Typ. Alles super. Er sieht härter als er ist. Eigentlich hat er ganz einen weichen Kern. Weißer Herz, ja? Ein weiches Herz und ein guter Typ. Weißer Herz. Idiot! 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 Indieot! Idiot! Du kannst ja Quatsch machen. Okay, siehst du die Frisur? Gut. Gut. Als ich dich dem letztes Mal gesehen habe, hattest du noch braunes Haar, stimmt das? Ja. Und jetzt schwarz. Es sieht viel geiler und viel besser aus, gell? Ja. Glраж. War das Taktik? Es war nicht Taktik, aber ich mache viele Farben, Wechsel. Manchmal mache ich manchmal kurz, manchmal lange. Der Knipser, Son vom HSV, aus Korea, jetzt in Hamburg und jetzt sogar noch beim Stock. Wie war unser Essen für dich als Koreaner? Scharf genug? Ja, es war reich für mich, es war lecker und viele Essen, finde ich. War gut für Kraft? Ja, Kraft war auch gut. Jungs, komm her, ihr wollt den Mohr Besitz haben. Komm her dazu, kommt Jungs noch einmal dazu, auf ein Gruppenfoto vielleicht. Macht ihr im Solipool auch gemeinsam? Im was? Solipool? Waren sie noch nie im Solipool hier? Nein, wo? Es gibt das Außenweltpool und dann gibt es das Solipool noch. Salzwasser, ganz warmes Wasser mit Sprudel. Da waren wir auch. Ja? Okay. Gute Empfehlung. War gut? Ja. Okay, Süßigkeiten essen hier gar nichts? Wir dürfen nicht. Ja und so? Ja, er isst. Er isst, aber Kinder-Schokolade oder? Nein, nur diese Mama hier. Die Mama? Die Manna schnitten? Ja, genau. Aber sonst, eure Ärztin ist ziemlich hart, oder? Oder die, die am Buffet steht? Ja. Das ist schon, oder? Ja. Das ist schon hart für mich. Ja. Das ist schon hart für mich. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder hier bei uns. Ja, ich hoffe. Ja? Ja. Toi, toi, toi. Viele Tore und viele Siege. HSV live beim Stock. 10. 08. hrm Heute gibt's wieder mal etwas Süßes, oder? Ja, um Essen. In Offizie. Kann man ja hin. Achso. Willst du in der Mitte stehen? Der Rapper und der Checker vom Stock für den HSV, live dabei und bei mir natürlich zwei heiße Jungs und zwar die absoluten Pokerfaces vom HSV. Pokerfaces nicht nur am Platz, sondern sie wissen, wann sie all in gehen müssen, sie wissen, wann sie Gas gehen müssen und sie wissen genau, was am Spielfeld abgeht, damit sie richtig kassieren. Zwar keine Tore, aber Siege. Jungs, hast du recht, war wieder eine überragende Ansage von dir. War es das? Woher weißt du das alles? Ich habe euch beobachtet die ganze Woche und ich muss sagen, es war richtig cool, richtig geil drauf. Und ich sage einmal hiermit im Namen der Stocks und der Mitarbeiter, coole Truppe, seid gut drauf, sportlich als auch privat. Das ist ja auch wichtig, oder? Und wir werden euch weiterhin jetzt intensiv verfolgen. Wie war es bei euch im Stock? Es war wirklich sehr schön. Wir hatten alle sehr viel Spaß und von mir aus, ich komme auf jeden Fall nochmal wieder. Das steht fest, dieses Jahr oder nächstes Jahr im Winter schönen Urlaub hier machen. Also wenn nicht mit der Familie, dann nächstes Jahr wieder mit dem HSV, seid ihr wieder dabei. Was waren eure zwei, drei Erlebnisse hier im Sporthiller Stock? Ja, es gab viele. Ich glaube zwei, drei. Das war mit, glaube ich, das beste Trainingslager, was ich so hatte. Auch von der ganzen Verpflegung, nicht nur, weil wir jetzt hier mit dir stehen, sondern weil es einfach sehr persönlich war. Und trotz der harten Einheiten, die wir hatten, durch das Drumherum alles, ist irgendwie so angenehm wie möglich gemacht worden. Dass man echt jeden Morgen gerne aufgestanden ist. Super Personal, auch immer ein Kompliment, was viel wichtiger ist. Die Leute, die hier arbeiten, die sehr wichtig sind von den Kellnern hin. Es ist Wahnsinn echt und deshalb kommen wir, denke ich, privat wieder. Umso schöner ist es natürlich, wenn wir auch mit dem Verein wieder hier sind, weil hier können wir einen Grundstein legen. Und ich hoffe, dass es echt ein gutes Oben ist. Cool, cool. Auch noch ein großes Lob an dir, ne? Super Abend. Danke, danke. Wenn man Probleme hatte, man kam immer zu dir, ne? Genau. Da gibt es natürlich immer, wenn jemand einfach den Junior schief, ein bisschen Lob, gibt es natürlich ein Präsentchen. Und zwar vom Stocki einen Stocki für zu Hause, für eine schöne Zeit. Rot, willst du die Wachen roten? Gibt es nachher noch. Wachen roten, ja. Für deine Frau zu Hause. 21, Frau und Kind, hohen Respekt. Ich hebe ihm die Daumen. So jung ist es bei mir nicht ausgegangen, aber okay. Habt ihr für andere. Qualität. Qualität, ja. Ich bin der Vermieter, ich habe hier eine große Rolle. Okay, danke. Du kannst dich in deiner Originalsprache mit deinem Namen vorstellen. Hallo, ich bin Enes Bernhard Thira. Hamburger SV-Spieler. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich freue mich, hier zu sein. Bernhard Thira. Und deine Familie? Geboren in? Ach so, ursprünglich komme ich aus Tunesien. Ja. Sieht man seine guten Farbe, gell? Er bringt auch wieder ein bisschen Farbe ins Spiel. Drei Stichwörter für dich. Alkohol? Verbot. Verbot. PTV? Verbot. Verbot. Süßigkeiten? Ab und zu. Ab und zu. Das sind die Sportler von heute. Also viel Verbote. Und was war das Geilste hier im Trainingslager? Du. Das wäre eine Gastfreundschaft. Das freut uns. Ben, hau rein, wir sehen uns. HsvTV, StockiTV mit HSV. Nehm mir... On. Nehm mir die Maschine. Der Reißer, der Zerreißer Drobny. Er redet, wenn er will, fünf Sprachen gleichzeitig. Und das mit Herz, Leib und mit seinen Händen. Goalkeeper Drobby, wie läuft's? Ja, ich denke, alles läuft sehr gut. Hotel ist super. Und auch unser Platz für Fußball ist super und alles läuft gut. Minibar? Top. PTV? Top. Top. Was meinst du bei PTV? Welches Programm? Ja, bei PTV. Nur schöne Film, Komödie und so. Herr Kacar? Nur für die... Okay, das war alles. Ja, hier ist eine super Atmosphäre. Und wir haben immer Spaß gehabt. Jede Abend. Jede Nacht. Jede Nacht. Und hier arbeiten sehr schöne Frauen auch. Und es ist immer lustig. Und es ist bis jetzt für mich fast die beste Trainingsfrage. Cool, cool. Kacar, danke. Ja, ich kann nur wiederholen. Also wir sind zufrieden. Es hat Spaß gemacht bis jetzt hier. Es war super. Ja, Wetter mitgemacht auf den heutigen Tag. Aber super Bedingungen hier. Hotel angenehm, alle angenehmen Leute. Super Mädels. Gute Entertainer hier. Der Entertainer. Ja, nun freut es, dass ihr hier seid. DJ Entertainer. Ich hoffe, dass ich hier wiederkommen werde. Aber privat. Und wenn es Winter ist. Und zu sehen, wie es die Atmosphäre ist, wenn es Winter hier ist. Ich habe gehört, dass es sehr schön ist. Und ich mag Skifahren. Mit deiner Frau oder alleine? Das werden wir uns noch ausmachen. Wichtig einmal ohne Kollegen, oder? Ja, genau. Tobi, wie ist das Schwimmbad? Die Tiefe von Schwimmbad gut? Ja, alles hat gepasst. Für mich war es wirklich super hier. Aber nur für unseren Doktor, unser junger Doktor Knut. Sein Spitzname ist Knut. Du musst ihn fragen für das Schwimmbad. Er hatte ein bisschen Probleme da, aber alles war in Ordnung. Zuerst Probleme hinein zu kommen, dann Probleme raus zu kommen. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, für mich ist das beste Trainingslager in meinem Leben hier. Super. Vielen Dank, Jungs. Ich danke euch. Und es gibt für euch natürlich ein kleines Präsentchen. Da lasst sich Stocke natürlich nicht lumpen. Okay. Und zwar... Vielen Dank. Genau. Okay. Ciao. Für dich natürlich Proseccolein, gell? Für dich und deine Frau. Lieber Weißwein oder Rotwein? Ich mag lieber Rotwein. Okay. Dann tun wir es an. Danke. Danke. Jungs, vielen Dank. Ja. Ciao. Wir sind wieder dabei und mit zwei ganz wichtigen Jungs, die oft hinter der Kamera stehen oder auch hinter dem Lenkrad, denn es ist einmal Luigi Grande aus Sardinien und einmal Miro, der Schreckliche. Und zwar Busfahrer, Zeugwart und Alleschecker für die Jungs. Wie sieht es aus? Wie war die Woche? Wie ist es? HSV? Alles, was ihr so macht? Ja, alles wunderbar. Also, uns allen gefällt euch hier bei euch. Vielleicht Bayern war ein bisschen länger nächstes Jahr. Schauen wir mal. Aber sonst ist bis heute alles perfekt. Ich glaube, wir werden das nächste Jahr für euch noch verlängern nach der Woche, dass ihr zwei noch ein bisschen Lula habt. Luigi Mario Grande aus Sardinien. Ein richtiger. Also, er passt auf Sardinien. Entschuldigung, Sardinien war eher die warme Seite. Sizilian ist natürlich das Harte. Richtig. Also, wir sind hier sehr glücklich. Also, wir sind sehr dankbar hier zu sein. Es passt alles mit dem ganzen Drumherum, das Personal, alles super. Und es läuft alles perfekt, so wie wir uns vorgestellt haben. Ihr müsst ja immer auch die Wäsche checken und waschen. Was stinkt beim Fußball am meisten? Das Trikot, die Hose oder die Socken? Das sind meistens die Ergebnisse, wenn sie nicht stimmen. Das stinkt dann meistens. Ich stelle es mir extrem hart vor, als Busfahrer die Jungs herumzufahren. Wie ist es? Du musst dich konzentrieren, den großen Mann Bus herumzufahren und hinter dir die Fußballer, sind die ruhig? Ja, so wie du sagtest, Konzentration ist alles. Für mich ist es egal, ob die Karten spielen oder Wasser trinken oder wie auch immer. Mit der Zeit gewinnt man sich, also kein Problem. Hat jeder Spieler seinen fixen Sitzplatz, wo er immer sitzt, oder wechselt die? Nein, die wechseln kaum noch. Klar, wir sind meistens nur mit 18 Mann unterwegs. Das heißt Bundesliga-Spieler, 18 Mann. Das war bloß Trainer, Team und Betreuer. Und das ist okay. Heutzutage sind wir hier 25 Spieler. Deswegen gibt es ja ab und zu kleine Streitigkeiten. Aber sonst hat jeder seinen Standplatz. Okay, Trikots habt ihr für uns noch dabei. Werden wir nachher noch eine Übergabe machen. Jetzt eine andere Frage. Du bringst die Spieler dann nach München. Die fliegen dann nach Hamburg und du fährst den Bus von München nach Hamburg. Alleine? Alleine. Mit Übernachtung natürlich. Die Polizei muss ja auch etwas wissen. Mit Übernachtung, da bin ich Sonntag in Hamburg. Und dann geht es wieder Dienstag nach Mainz. Dann geht es nach Mainz. Super. Mario und Miro vom HSV dabei. Danke Jungs. Und was waren deine Highlights hier im Trainingslager? War es cool? Hat es dir getaugt? Das ganze Trainingslager war toll. War toll? Ja. Du bist ja sowieso eine gestandene Persönlichkeit. Das heißt, er ist schon der reife Dicker unter dem Kicker sozusagen. Also er bringt ja schon durch seine Ausstrahlung die gewisse Sicherheit, Ruhe und familiäre Bedingungen hinein. Wie ist es als Kapitän mit der Mannschaft? Es macht zurzeit einfach Spaß. Wir haben ja ein ziemlich junges Team zurzeit, das neu zusammengewürfelt wurde. Und ich meine, du hast uns jetzt auch schon ein bisschen näher kennengelernt in der Woche. Und es macht einfach Spaß jetzt zurzeit für den HSV und mit dem HSV zu arbeiten. Und wir hatten ein paar schöne Tage hier. Ich denke, besonders schön war unser Abend zusammen oben auf dem Baumhaus. Genau. Die lustige Hüttengaude war sehr fein, sehr menschlich. Und die Spieler sind sich guten näher gekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei seid. Hast du eine Wunschliste für Sport im Stock für das nächste Jahr? Außer, dass das Internet schneller funktionieren muss? Ja. Wir haben ja perfekte Bedingungen. Also der Wellnessbereich ist top. Das Essen ist top. Zimmer. Mehr brauchen wir nicht. Passt. Ich freue mich. Und ich freue mich ganz besonders, wenn ich dich mal privat außerhalb vom Trainingslager sehe. Heiko, der beste Mann. Und als kleines Präsentchen für diese tolle Woche, stellvertretend als Kapitän natürlich für die Mannschaft, bekommst du die Stocke-Kollektion. Stocki, Rot, Seko und Weiß für zu Hause, den du mit deiner Frau mal genießt. Danke. Dankeschön. Cool. StockTV. Riesengroße Ehre. Madeline Petric bei mir. Und ein absoluter Superstar. Und bei uns natürlich auch im Kreise der Mitarbeiter sehr, sehr bekannt und populär. Man kennt ihn, man liebt ihn. Und heuer im Stock war dabei beim Trainingslager. Wie war's? Sensationell. Also bis jetzt muss ich sagen, wir haben optimale Bedingungen zum Trainieren. Und das Hotel ist natürlich auch ein Traum. Super Zimmer, hervorragendes Essen. Und wirklich kann man sich richtig wohlfühlen und gut erholen. Schnelle Fragen. Höhenluft für manche Spieler? Problem? Für manche auf jeden Fall. Ja, vor allem nach so einem Mannschaftsabend wie den, den wir hatten. Da wird es schon unangenehm. Ich kann dir das in den Kopf steigen. Da war der Gletscher natürlich dann genau das Richtige am nächsten Tag. Wie war der Gletscher für dich? War das ein Erlebnis oder hast du das irgendwie realisiert? Wie und wie? Gut, für mich ist es ja nichts Neues. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und war da auch oft in den Bergen. Ich gehe eigentlich jeden Winter in die Berge. Und da gibt es ja auch einen Gletscher in St. Moritz. Und den habe ich mir auch schon mal angeschaut. Von daher nichts Neues. Aber natürlich sehr besonders mit dem Fußballplatz da oben. Also sowas habe ich noch nie gesehen. War eine geile Stimmung. Wetter hat nicht hingekaut, aber dafür sind die Jungs vom HSV super drauf. Gut dabei und wir vom Stock werden euch richtig gut beobachten und freuen uns auf nächstes Jahr. Danke Martin, freut mich. Danke. 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 邊 inheritance. Ich glaube zum nächsten Mal, 2014 Force atrás und in München in verschiedenen Bib Had tasch. Ich bin in Frankreich. this is hard life for you. first England London, London, then Hamburg, then Hamburg. and now in Montanias in Montagnas in den Mountains. Es ist toll, erst in Chelsea, in London und danach zu Hamburg zu kommen. Ich bin hier in drei Wochen und es ist sehr gut, es hat Spaß gemacht, ich trainiere hart. Ich freue mich auf die neue Saison, die Bundesliga. Es ist gut. Gibt es hier in Tirol, Zillertal? Habt ihr schon über Tirol oder Zillertal gehört? Ich bin hier in Tirol in Tirol, aber nicht hier. Dieses Hotel ist sehr schön, sehr groß und hat alles. Das Hotel ist fantastisch für die Trainingslager. Wie alt bist du? Ich bin 19. 19, aber er hat viel Kraft und Reife. Wir werden ihn auf die Freunde von den Niederlanden sehen. Ja. Ich gebe es für Jeffrey in der Haus. Stöcki!